und heute gibt es ja heute wollen wir mal ein bisschen auf heute machen wir einen kleinen dicken typen richtig platt so dass er alles wieder raushaut wir lassen ihn ein paar kilo abnehmen und ja ich freue mich schon wenn er brei ist zuletzt haben wir in dem gebiet als schlüsse geholt und heute versuche ich mal mein bestes um auch auch mal hier zu gewinnen strecke kenne ich jetzt schon langsam genau und heute ist er dran heute wird dann ein paar kilo abnehmen jetzt war ich hier sitze ich glaube ich mache hier einfach nur mittlere türme hin so erstmal indiens ich hätte auch gleich etwas härteren stein nehmen können aber egal ich glaube das geht auch so hier hat auch schon eine painzone erzeugt sozusagen kann man so schön gut zeit schöpfen und weiß wie spring junger spring ich glaube er hat auch ein bisschen mehr ressourcen geld wie ich weiß nicht so ich glaube er hat seinen ersten angriff gesetzt ich setze auch meinen ersten und okay wenn wir auch mal in so einem schnee wir können ja auch hier können wir mal wenigstens ein paar dinger platzieren ich werde jetzt das ding drum ich werde das jetzt auch mal machen oder ach mehr hat ja das hier gehabt als erstes können wir ja auch jetzt mal warnen warnen so das war es jetzt mit dem scheißteil weil sich so viel mühe gegeben hat das aufzubauen ist ich werde das auch mit dem verabschied habe ich ich bin also ich habe Oh, kaputt. Hat er jetzt davon. Spring. Okay. Nicht weiter schlimm. Also er ist auf jeden Fall noch ein bisschen schneller als ich und wir brauchen... Also ich muss irgendwie nur schaffen, dass er nicht zu schnell hier durchkommt. Jetzt haben wir eigentlich noch ein Rollstuhl wieder, ich bin noch gleich auf dem Weg. Der hat noch einen kleinen Vorsprung, auf jeden Fall. Der hat noch einen kleinen Vorsprung, auf jeden Fall. Ah, f***t euch. Nein, danke. Mann! Oh ja, jetzt ist es so gut jetzt hier. Ohhhh. Ich komm. Oh, dieses Spiel hasst mich. Oh, das hast du jetzt davon. So. Mann. Das ist ziemlich viel Zeit gekostet. Okay, da hängt jetzt auch an meinen Sachen, die ich aufgebaut habe, ein bisschen fest. Das ist schon mal gut. Ach komm. Ey, jetzt krieg ich wohl noch mit Elefanten den Scheiß zu tun, oder was? Komm, 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 komm. Okay. Ey, der ist vorher gesprungen, der Stein. Danke. Danke. So. Ihn Hit brauchen wir noch. Mal gucken, was hier unten passiert ist. Ach so, der hat das hier alles kaputt gemacht. So, jetzt haben wir wieder kein Geld dafür. Naja, was weiß. Also, ich glaube, wir müssen bloß noch eh mal treffen. So, hier haben wir jetzt schon ordentlich aufgeräumt. Ah, jetzt geht das wieder nicht. Ganz so langsam. Das sieht nicht schlecht aus, wenn wir jetzt hier einigermaßen durchkommen. Sollte es so klappen. Okay, gut, fangt um ausweichen. Echt? Du, fangt um ausweichen. gemacht, so wie sich das gehört. Drecksack, danke. Gut, für ein Level ist noch ein bisschen Zeit. Paris, Paris. Na, gucken wir uns mal Paris an. Jungfrau von Orléans. Ludwig. Ja, zu der Zeit war das normal. Oh, die Map sieht schön aus. Mit vielen, vielen Stufen. Und da ist dann ein Seed wieder was. Huiuiuiui. Ja, komm. Ja, lass die aufstellen. Ich glaube, wieder nicht. Wohin noch ein Gebläse. Ah, cool. War es natürlich auch nicht schlecht. Wir können ja jetzt eigentlich schon anfangen, mal zu rollen. Ich bin mal gespannt, wo jetzt die Schließe sind. Ach, da hinten ist jeder. Oh, jetzt treten wir mich hin. Danke. Erstes Name war es schon mal. Okay, wo sind die Nächsten? Okay, also auf jeden Fall, wenn man die Stufen nicht runterdonnert, dann hat man mehr Geschwindigkeit. Ah, hier ist der Zweite. Weg hinter den Typen. War jetzt nicht gleich der Dritte mehr. Ach, da oben ist der. Da brauche ich bestimmt wieder diesen fliegenden Dings. Naja, gut, die brauche ich halt nicht alle. Ich habe ja gut vorgesammelt. Also, ich sage mal, den lasse ich jetzt mal wirklich außen vor. Den Stößer, weil der ist mir einfach zu hoch. Ups, ja. Uh, fast gleichzeitig. Das ist gut. Also, auf jeden Fall, der Rand macht sich perfekt dafür. Ich gibt es eine motherfucking gemeinsame Kistein. Es wird ja eigentlich sogar noch einen besseren verwenden können, sonst ist es nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall die gleichen Ideen wie ich. Die Stufen nehmen einen doch ein bisschen Geschwindigkeit weg. Das andere quasi wie so eine Autobahn. Oh, shit. Was war das jetzt? Achso, das war der Wind-Dings. Okay. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so dumm, ein paar Fässer hinzustellen. Bin ich jetzt hier gerade? Zumindest an den Kuchen. Hier kannst du aber drüber springen. So, ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Probe. Oh ja, das ist aber ordentlich reingesessen. Der hängt ein bisschen. Kommt noch nicht mehr hoch. Perfekt. Was wüsste ich. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, weil wir müssen bloß erster fertig sein, dann müssen wir halt nur schneller puten sein und dann haben wir schon gewonnen. Kommt jetzt. Wir wollen schnell auf die Straße haben. Und dann haben wir 같이 auf die Straße haben. Eigentlich wollte ich da mit Rücken ankommen. Nein! Das war gemein. Jetzt habe ich nur wenigstens den Speed draufgekriegt. Komm, komm, komm! Oh, das war gut. Das war richtig gut. Komm, 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 komm! Ja, wir haben das Ende schon fast erreicht. Ludwig! Ludwig, die Kugel kommt! Sie rollt und rollt und macht dich platt. Sehr schön! Yay, doppelsieg! Okay, und dann war es das schon wieder von mir. In der nächsten Folge mach mal Engas platt. Oder wir rollen nach Engas. So rum. Na ja, gut, dann mach's gut. Tschüss! 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 bilden,